Guten Abend. Shalom, Shabbat. Es heißt Shabbat Shalom. Du musst sie einfach kennenlernen. Nein, 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 nein. Ich hab genug Freundinnen kennengelernt. Tschushi? Ja? Das ist Maria, meine Verlobte, also. Nichts kann meine Lieblings-israelisch-deutschen Lesben toppen. Ich geb Ihnen zwei Monate. Meine Mädchen. Hi. Du kannst jederzeit konsertieren. Besser, wir erzählen's unseren Familien noch nicht. Mama, wir planen eine Hochzeit! Wir planen eine Hochzeit! Ich denke, Sie haben den Ring bemerkt. Ja. Sind Sie Marias Eltern? Wer will das wissen? Der Mosse. Oh. War nur ein Witz. Ron. Echte Deutsche, was? Das ist das beste Projekt in der Klasse. Wir haben die Lesben, die Shoah. Ja? Willst du irgendwas andeuten? Wollen wir? Du wirst nicht heiraten. Das kommt gar nicht in Frage. Schon gar nicht Ifas und Adolfs Brut. Oma. Die Verbindung zweier Kulturen ist nicht einfach. Und ich bin sehr stolz auf dich, wie du aus Meisters. Es ist, als würde ich in einem Minenfeld leben, das nur darauf wartet, zu explodieren. Mama! Passiert nämlich den Linken aus Tel Aviv. Können wir wenigstens ein Schabbat-Essen durchstehen, ohne dass wir über Politik streiten? Ich glaube nicht. Ich meine ja nicht, dass du konvertieren musst, aber wenn du Kinder kriegen willst. Du solltest besser deine Religion von unseren Fortpflanzungsorganen fernhalten. Ja. 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 Ich darfst. Ja. Ja.